So, jetzt wollen wir mal zum offiziellen Teil übergehen. Ja, meine Damen und Herren, das G7-Treffen hier geht zu Ende. Und wir erinnern uns nochmal daran, dass G7 ja gegründet wurde, um auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und Werte die Herausforderungen der Globalisierung anzunehmen und sie auch zum Wohle der Menschen bei uns zu Hause zu gestalten und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der ganzen Welt. Das ist das, was uns leiten sollte. Und ich kann berichten, dass wir an einigen Stellen hier sehr wohl auch diesen Leitgedanken umsetzen konnten. Das betrifft die Themen Terrorismusbekämpfung, wo wir ja bereits gestern eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben. Das betrifft die Diskussion internationaler Konflikte, ob das die Situation in Nordkorea ist, Libyen, Syrien, Russland, Ukraine. Hier gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung und auch gemeinsamen Vorangehen. Das trifft zu, wenn es um die Agenda 2030 geht. Ein wichtiges Bekenntnis für die internationale Gestaltung der Ordnung und auch um die Rechte von Frauen als Menschenrechte, genauso wie den für Deutschland sehr wichtigen Teil der Fürsorge und Verbesserung des internationalen, weltweiten Gesundheitssystems. Wir hatten dann in einem zweiten Komplex sehr harte Auseinandersetzungen und Diskussionen um das Thema Handel. Hier, finde ich, haben wir eine vernünftige Lösung gefunden. Wir bekennen uns zu dem regelbasierten internationalen Handelssystem und wir wollen die WTO erfolgreich machen, gerade auch durch eine erfolgreiche Beendigung der 11. WTO-Ministerkonferenz. Wir werden gemeinsam unsere Märkte offenhalten und gegen Protektionismus vorgehen, gleichzeitig aber auch dafür Sorge tragen, dass unfaire Handelspraktiken intensiv bekämpft werden. Das ist auch im deutschen Interesse, wenn ich mal an die Frage des Stahls denke. Dritter Punkt und sehr schwierig und nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend, ist die gesamte Diskussion über das Thema Klima gewesen. Hier gibt es eine Situation, dass sechs oder wenn die CDU, die EU dazu nehmen, sieben zu eins über das Thema Klima gewesen. Hier gibt es eine Situation, dass sechs oder wenn die CDU, die EU dazu nehmen, sieben zu eins stehen. Das heißt, es gibt keinerlei Anzeichen bis jetzt, ob die Vereinigten Staaten von Amerika im Pariser Abkommen verbleiben werden oder nicht. Demzufolge haben wir hier da auch nicht drum herum geredet, sondern sehr deutlich gemacht, dass wir, die sechs Mitgliedstaaten plus die EU von G7, weiter uns natürlich zu den Zielen bekennen. Wir verweisen auf das Protokoll und die Ergebnisse von Isushima, wo also ganz klar festgelegt ist, zwei Grad Ziel, die Finanzierung und die Dekarbonisierung im Laufe dieses Jahrhunderts. Die Tatsache, dass wir hier keinen Fortschritt erzielen konnten, ist natürlich eine Situation, in der man sagen muss, dass ein wichtiges internationales Abkommen damit natürlich im Augenblick hier nicht einvernehmlich unterstützt werden kann. Dieses Klimaabkommen, dieses Pariser Abkommen ist ja nicht irgendein Abkommen, sondern es ist schon ein zentrales Abkommen zur wirklich Gestaltung der Globalisierung. Wir haben heute hier eine sehr erfolgreiche und gute Sitzung mit Vertretern der afrikanischen Länder gehabt. Die G7, die italienische Präsidentschaft, hat hier den gleichen Schwerpunkt wie wir bei G20. Und es ist vieles in Bewegung in Afrika, aber von den afrikanischen Ländern wurde natürlich auch nochmal am Beispiel des Tschadsees deutlich gemacht, dass gerade der Kampf gegen den Klimawandel für sie von essentieller Bedeutung ist, auch die damit zusammenhängende Finanzierung. Und wenn wir an die Inselstaaten denken, wo es um die Existenz geht, dann ist natürlich diese Frage des Klimaabkommens auch wichtig. Also hier gibt es zurzeit keine Einigung, aber wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir von unseren Positionen hier nicht abrücken. Insofern also Übereinstimmung, Fortschritte im Blick auf Handel und Dissens im Augenblick im Zusammenhang mit dem Klimaabkommen, dem Pariser Abkommen. Und ansonsten möchte ich der italienischen Präsidentschaft sehr herzlich danken. Sie haben hier hervorragend die Dinge organisiert, auch mit dem Outreach-Treffen mit den Vertretern der afrikanischen Staaten. Und das ist eine sehr, sehr gute Grundlage für uns, um dann jetzt auch die Vorbereitungen zu G20 fortzuführen und natürlich an bestimmten Themen weiterarbeiten zu müssen oder den Dissens einfach zur Kenntnis nehmen zu müssen. Aber ich glaube, das Thema Pariser Abkommen ist so wichtig, dass man da auch keine Kompromisse machen kann. Frau Bundeskanzlerin, sehen Sie in der Flüchtlingspolitik bei den genetzigen Beschlüssen auch wie ein Fortschritte oder eher Dissens? Die Flüchtlingspolitik hat zum Schluss nicht den Raum eingenommen, den sich die italienische Präsidentschaft gewünscht hätte. Das ist aber seit mehreren Wochen jetzt schon klar. Das, was wir jetzt vereinbart haben, ist aus meiner Sicht vernünftig. Es zeigt, dass Flüchtlinge genauso welche Menschenrechte haben wie alle anderen. Dass wir natürlich unsere Grenzen schützen müssen, dass wir gegen illegale Migration kämpfen müssen. Aber dass wir auch die Interessen und die Rechte der Menschen ernst nehmen müssen. Also insofern ist es ein Text. Aber die italienische Präsidentschaft hätte sich hier sicherlich mehr gewünscht. Wir hätten sie dabei auch unterstützt. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, es habe Fortschritte im Bereich Handel gegeben. Aber wenn man sich das Kommuniqué anguckt, ist es ja eher ein Rückschritt im Vergleich zu früheren. Wo besteht denn jetzt genau der Fortschritt? Also das Kommuniqué sollten Sie dann lesen. Es ist einfach so, dass wir im Zusammenhang mit der Frage, haben wir ein regelbasiertes internationales System, wobei der Schwerpunkt auf einem System liegt. Durchaus ein Fortschritt, ein klares Bekenntnis zu dem, was die WTO macht. Und offene Märkte, Kampf gegen Protektionismus plus Kampf gegen unfaire Handelspraktiken. Das ist das, was uns wichtig ist. Und insofern sehe ich das als einen Fortschritt. Ich wiederhole mich, dass wir gegen den Protektionismus kämpfen, für offene Märkte eintreten und gleichzeitig gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen. So, ich bedanke mich.